Und wollte genau das. Ich saß mit meiner Schwester im Musical-Raum und hab das angeguckt. Und ich meinte, du schmerzt dich das nicht so, dass du da nicht auf der Bühne stehst und das machst. Das war für mich das Größte. Ich mag auch, wenn man das nicht denkt, komediantische Rollen sehr. Ich finde, ich liebe den Klamauk. Ich hätte auch gerne Nackte Kanone gern gemacht. Das darf man wahrscheinlich nicht offen zugeben, aber ich bin Nackte Kanone jeglichen Teil super. Anfangs schon. Aber er hat mir erklärt, dass ich mir das alles sonst wo reinstecken kann. Und dann haben Sie Druck gemacht. Er war's, ich weiß das. Er ist darauf aus, sie ins Gebüsch zu zerren. Und zu zwingen, sich auszuziehen. Sie zu schlagen und zuzuschauen, wie ihm das Blut runterläuft. Ich kenne diese Art, Mann. Der kleine Mann. Der kleine Mann voller Angst. Und den musst du dir vornehmen. Gar nicht, wenn du ihn erwischt hast. Direkt nach der Tat. Wenn er noch schwitzt. Haben Sie von Rosbach geschlagen? Ja. Einmal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.